Das Serienfieber steigt. Hi. Glaubst du noch mal, wir einmal miteinander geschlafen haben? Sind wir jetzt ein Paar und was? Was ist denn jetzt schon wieder los? Ich wollte nett sein. Ich bin für dich da. Weiß schon, dass ich ziemlich hartnäckig sein kann. Nee, Ella. Es ist nie irgendwas deine Schuld. Ich bin für dich da. Wer hat dich da, ich bin für dich, ich bin für dich. Ich bin für dich, wie ich war.